Hier in der Schweiz haben wir kein Meer. Wir haben Flüsse und Seen, die aber auch voller Plastik sind. Und irgendwann landet alles im Meer. Also Plastik ist sehr langlebig. Man geht davon aus, dass die handelsüblichen Plastikfolien und Becher und solche Sachen also hunderte bis drei, vierhunderte Jahre brauchen, um abgebaut zu werden. Vor etwa 60 Jahren hat man auf der Welt noch eineinhalb Millionen Tonnen Plastik produziert. Und heute sind es etwa 300 Millionen Tonnen. Also es ist etwa um das Zwanzigfache hochgegangen innerhalb von 60 Jahren. Und weil Plastik jetzt, sagen wir, 400 Jahre braucht, um abgebaut zu werden, sagen wir Polyethylen und Plastik besser. In diesen hundert Jahren werden vermutlich noch so viele Millionen, hunderte von Millionen Tonnen in der Produktion dazukommen, wo natürlich nicht alle im Wasser landen, das ist klar. Aber was im Wasser landet, bleibt einfach dort. Auf jeden Fall für unsere menschlichen Massstäbe bleibt das einfach dort. Und alles, was dazukommt, kommt dazu und verschwindet tut kaum etwas. Das ist jetzt eine Probe aus Basel. Ich bin eigentlich gerade sehr überrascht, wie viel man auf den ersten Blick hier drinnen sieht an Industrie-Pellets. Aber dass es gerade am ersten bedeutenden Industriestandort am Rhein eigentlich schon gerade relativ deutlich zu sehen ist, dass einiges drin ist, das hat jetzt auch nicht gedacht. Wir sind wie alle anderen Länder auch verantwortlich für die Weltmeere. Wir Schweizer haben einen miserablen ökologischen Fussabdruck. Wir verbrauchen 2,8 Planeten pro Jahr. Wo soll das nur hinführen? Die Schweiz exportiert Unmengen von Plastik. Firmen wie Nestle packen weltweit Wasser in Plastikflaschen ab. Ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen Flaschen in den Weltmeeren landen. So, schauen wir, was die Leute auf der Strasse so wissen über die Plastikverschmutzung unserer Umwelt. Darf ich euch kurz was fragen? Ja, sicher. Ich sehe, ihr habt eine Plastiktasche dabei, eine PET-Flasche. Was macht ihr mit der PET-Flasche und dem Plastiksag später? Also, die PET-Flasche kann man wahrscheinlich recyceln. Also, ich mache meine PET-Flasche eigentlich immer recyceln. Und der Plastiksag... Ich weiss nicht. Also, ich mache ihn wahrscheinlich in Abfall. Was glaubt ihr, wie viel Plastik schwimmt da auf unseren Weltmeeren? Ähm, vielleicht etwa 100 Tonnen. Was glaubst du? Ich denke, 500 Tonnen. Was glaubt ihr, was mit dem Plastik auf den Weltmeeren passiert? Schwimmt ihr da immer oder wird irgendwie wieder rausgefischt? Was habt ihr das Gefühl, was mit dem passiert? Ähm, ja, ich glaube, es fischt es niemand raus. Weil, wer würde das machen? Was glaubst du? Ja, ich denke auch. Niemand macht sich die Mühe, das rauszunehmen. Es zersetzt sich ja auch nicht. Also, ich glaube, das bleibt einfach dort. Oder vielleicht essen jetzt irgendwelche Tiere, die im Meer leben. Und ja, die sterben dann vielleicht an dem oder so. Sorry, darf ich dich kurz was fragen? Ich sehe, du hast eine PET-Flasche dabei. Was machst du mit dir, wenn du dich nicht mehr brauchst? Ich schmeisse sie in einen PET-Behälter. Das heisst, du recycelst sie? Ja, genau. Ich sehe immer nur einen Abfall. Und wenn ich nur den sehe, dann gehe ich nicht irgendwie weiter hinten in meinen PET-Sammeln. Also, ich glaube, es liegt auch an den Leuten, dass sie sich nicht darauf achten und denen es egal ist, wo sie es hinschmeissen. Und dann einfach PET in den normalen Abfall schmeissen oder einfach irgendwo hin ins Gebüsch oder so. Hier in der Schweiz können wir überall PET-Flaschen recyceln. Wie zum Beispiel hier bei diesem Detailhändler. Und angeblich sind wir Schweizer ja auch Weltmeister im Recyceln von PET-Flaschen zum Beispiel. Nur, wir vergessen teilweise, dass wir Schweizer auch Weltmeister sind im Verbrauchen von Plastikbehältern. Wo Anschluss Mojica